Das ist aktuell mein Lieblingsessen in Japan und ich gehe hier immer gerne alleine essen. Japanisches Curry und alleine essen ist voll normal. Easy am Tablet bestellen, sogar auf Englisch, Freunde, und dann kommt das Essen. Japanisches Curry, ich sage es euch, Freunde. Richtig gefährlich, so knusprig und so lecker und so würzig. Hier noch dann so ein paar Wände für die Privatsphäre und dann einfach bezahlen. Easy. Und deswegen ist...